Sooo, da sind wir jetzt wieder in Grandia. Und vielleicht geht's diesmal auch ohne die Likes bei den Zwischensequenzen. Ich hoffe es, weil ich habe eine Kleinigkeit umgestellt, aber vielleicht geht's doch trotzdem nicht. Jedenfalls muss ich erstmal die Sounds bei mir leiser drehen, das ist ziemlich laut. Und, äh, ja, da habe ich glaube ich eh schon alles gemacht. Schauen wir nochmal bei Setup. Ach stimmt, wir sind gerade nur Yuki. Ah ok, dann gehen wir rauf. Hey, woher ist everybody? Sie müssen in der Casino! Woah, ich hoffe sie haben nicht angefangen ohne mich. Ok, ab zum Casino. Auf zum Casino, yeah! Ich bin ein Stück entlang. Hier, was geht mit dir? Right! Oh Gott! Alles klar, der hat ziemliches Vertrauen in Alonso, dass der das schafft. Hoffen wir es, dass er das schafft. Oh, Alonso, das ist so spannend! Oh, Alonso, das ist so spannend! All my word is a sailor! Here and now, I'm putting myself on the line at this gaming table. The stakes are high. And if I lose, then I promise to marry Bianca. Hey, if I lose my freedom, I lose most of my charm as well. So, Asha, you'd still want me? All I need is for you to stare at me with those eyes of yours. I love you, Alonso! And you'll be mine! So, let's get started! As usual, the opening roll looks good! It's a... 10x bonus! 10x? Wie sagt man das auf englisch? I feel lucky, Alonso! Hm, what's wrong? You look a little pale! I'm just fine! Today I'm gonna win! So old or not? Another 10x bonus! But you're still a long ways away from winning! Should I wear white to the wedding? No wonder she has trouble landing a man! It ain't over yet, Bianca! Let's not jump to any conclusion until the end! Roll the dives! Finally you got your first card! You must barely hang on by a finger, honey! There's no winner or loser till the game's over! Right now, it's just dice and cards! Roll the next one, Bianca! Hot talking though! Won't do you any good! Here we go! Well now, what a nice roll! That was for you! I wonder how Lady Luck will be smiling on today! The other way is to get a husband, you know? I mean, who gets gamble- I mean, who gambles for a groom? It's just so sickening! This is how I get what I want! Don't knock it till you've tired it, Missy! Now for the role of fate! Now do your best, Alonzo, darling! After all, this is for our future, you know! What do you think you're doing?! Get your hands off my Alonzo, you little hussy! Ah, that's clear! Alonzo wins! He did it! Alonzo won! Be quiet! That should've been a twelve! Why isn't it?! Why, hmm? Miserable cheater! You tricked me, Alonzo! So... You knew the dice were going to turn up a twelve, did you? It's rigged! The casino's rigged! The game is over! You owe us about, um... Wow! I don't even know where to begin counting! You've got a problem! How are you gonna pay for this? I'll pay, I'll pay! Quit worrying! Look! And if that's not enough, I can offer you my beautiful rings! No! You make me sick! If you want something, then earn it! It's not that hard! If you're a cheater, you'll never be anything but a loser! I'll get you for this! I'll get you for this! I wanna split my winnings! With everyone! Forgive me! Oh! The nerve of that woman! Trying to win someone's love by cheating! Well, I hope she gets her someday! I know how you feel. But don't be too hard on Bianca. I mean... She's only trying to get by. It's not easy for a woman to make it alone in a place like this. Had she and I... met under different circumstances... then maybe... Huh? Hmm? Hmm? Now! We set sail! Everybody meet at the pier when you're ready! Oh... Alles klar! Boat Key acquired! Trillant acquired! Admiral Uniform acquired! Raffina Sprooge acquired! Ja, ich darf wieder gehen! Oh nein... Wo war der Ausgang? Hier! Gut, dann hat Arunso es jetzt geschafft! Das ist gut! Auf zum Schiff, würde ich sagen! Let's go away! Oh, sail away! Besser gesagt! Time to set sail! You got everything, Yuki? Ehm... Sure do! Hold on, your heads! The open sea and all her mysteries awaits us! Man, I wish I had wings too! Well, I did once! My friend and I built our own airplane! I tried to fly to the mainland with it, but it... didn't work out! The mainland, huh? I made my friend a promise! I told him that our dream was gonna come true! I said I'd become the best pilot in the world! Tell me, what does it mean to be the best in the world? Huh? How do you know if you succeeded? Who decides that you're the best one? Huh? Well... I mean, do you become the best in the world when you make it to the mainland? Or after you've flown around the world? Will you be done with flying as soon as you've done these things? No, I never want to stop! I just want to keep flying! Higher and higher! Yeah. That's what dreams are like, kid. You never even think about what you'd do if they actually came true, because... you get so wrapped up in them. You'll find your dream someday. You're going to fly high, Yuki. I have no doubt about it. Alonso-Rin? You're right, Alonso. I never really thought about what it means to be the best pilot in the world. I've gotta fly. That much I know. But once I get my plane, what should I do? What should I aim for? I've completely lost sight of that. Der Grinser von ihm. That's fine, kid. You're still young. Alles klar. Let's talk about Elfin. The sea breeze feels nice. Yeah, this boat sure is fast. Alonso wasn't lying. I guess I'll have to say goodbye soon, to Miranda and you. What? Oh yeah. You said we'd take you as far as Mandy, right? I really had a great time. This may be the first time I've ever been able to laugh so freely. If I hadn't met you and Miranda, I would have given up trying to go back to Arcliff. I'm sure of it. So... You don't realize how much this has mean to me? I'll never forget it. Alfina knows what she has to do. She sees it so clearly. Alfina, when I get my airplane, I'd like it if you and I could... You'll be able to think of my boyfriend. So much, you can't get up, and... Okay, thanks. Oh, you're going to get my airplane. I'll be able to rush you. Hey, that's how it is. This slide is written. Okay, here's the same problem. I can't, I can't, I can get my airplane. Miran. Da. In die Kabine. Neh mich mal an und mit Miranda reden. Hey, was ist das Problem? Du siehst so ernst. Oh, kein Zizig, bist du? Miranda, Alfina und ich... Hm? Alfina und du... What? Oh, das ist nichts. Was ist das? Are you tired? Maybe you should get some rest? Yes, I think I will. Good idea. I'm sure you'll feel better after a good night's sleep. Well, a good night. So. Dann nochmal speichern. So, und jetzt können wir wieder rausgehen. Ich finde es ein bisschen nervig, dass man bei jeder Tür immer X drücken muss. Oder halt einfach die Aktionstaste. Und so, weil... Bei Grandia 2 zum Beispiel was da, da kann man einfach durchgehen. Das ist irgendwie so immer. Auf Reisen muss es Probleme geben. Hallo, was los? Was ist das, Alonso? Es ist wie eine große Schraube. Das ist nass. Der sollte nicht hier sein. Okay. Ach, ich muss einfach nur nach vorne gehen. HAH! Das ist wie eine große Schraube. Das ist einfach nur nach vorne. Das ist einfach nicht so. Das ist einfach alles klar. Was ist alles noch auf Aderl? Mach mal ein Haul! Die Frage ist nur auf welchen... Ja, wo mal den? Du kannst Tramer machen... Oh, jetzt, 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 äh, jetzt wird... ...Wireland gemacht... ...aber sowas von... ...und du kannst da eigentlich auch Hole machen, oder? Ne, jetzt, da auch noch einen. Dann macht er auch Hole auf irgendeinen von denen. Ich hab keine Ahnung, wer überall im Kreis ist dann, weil das ist halt irgendwie... ...bisschen doof. Alles klar, wie easy die weg sind! Ein Hole hat fast für alle gereicht! Und ich denk mir, es wird zu überschwer, zu nahe Frostfight vielleicht. Okay! Hey, was haben sie denn versucht? Alles klar! Ach, das war nicht der einzige Fall! Ja, hätte ich mir eigentlich denken können... ...eine Ahnung! Ja, das ist ein Hole, würd ich sagen! Als ob wir jetzt im Kreis sind! Ja, auch Hole, aber auf die andere Seite dort irgendwie... ...du kannst... äh, Tremor könntest du machen, mach aber nicht! ...du kannst... äh, Tremor könntest du machen, mach aber nicht! Ja, jemand... ...dann er doch ein bisschen... ...und, dass er vielleicht noch mal mehrρούert ist! Ich hab keine Ahnung, ne, wirklich. Ja, genau. Das ist doch kein... ...designal für mir. Genau... He-he-he... Du kannst auch einen normalen Angriff... Warte... oder Flasch... äh... hier Flasch... Das ist das, was ich tun kann... Schuhe den Wind blöden! Alles klar! Wir haben es geschafft! Alles klar! Wir haben es geschafft! Alles klar! Alles klar! Ein Drache? Ja, ein Drache! Hey! Das ist nicht der Alonso, den ich erinnere! Du hast uns wirklich geholfen, Ulf! Das war die perfekte Zeit! Ich dachte, ein Veteriner wie du, wie du, hätte genug Sinn, um ein Kurs aus dem Boot zu stecken! Aber das ist es. Sie hatten keine Grund, um in dieser Region zu sein. Wenn du mich fragen, ist es strange. Du denkst, dass vielleicht... ... es wegen all diesen... ... die Erdbeeren? Ich kann es nicht sagen. Huh? Was bist du? Hm? Und wer ist das? Das ist Yuki. Er sagt, er ist ein Flugzeuge. Flugzeuge! Ah! Dann bist du auch ein Flieger. Hey! Das ist toll! Was ist das große Idee? Das ist einfach seinen Weg zu sagen, also. Es ist ein Komplimatur. Ich bin Ulf, schön dich kennenzulernen. Also, hat irgendetwas wunderschön passiert? Ja, ein anderer von diesen wunderschönen Quaken hat. Ich hörte, dass es sogar ein Kastel gemacht hat. Niemand weiß, wann diese Dinge werden weitergehen. Yuki, du musst sicher sein, wenn du... Huh? Wow! Sein Drakon! Es war vorhin, nicht wahr? Du sahst uns fly, nicht wahr? Und nicht ihn nennen. Er hat einen Namen, du weißt. Er geht mit dem Namen von Shiba, nicht wahr? Cool! Hallo, Shiba? Well, Yuki, wie mein Drakon? Oh, ja, ich glaube. Nach allem, ich liebe Drakon. Wow! Wanna take a ride? Really? Why not ask Shiba? If he's in a good mood, he'll let you ride him. ... ... ...